Ich hab dir noch mal was mitgebracht. Schau doch mal. Was denn? Alter! So war es nicht geplant. Da kommt noch einer. Ah, fuck! So, der ist für dich. Hallo. Hallo. Na dann bauen wir weiter. Los geht's. Yo. Jo. Ja, man muss ja nicht immer sagen, wer, wer, was ist. Hast du völlig irgendwie Brennstoff, Brennstoffmittel oder sowas? Brennstoff. Hä, was ist das denn? Diamantstiefel. Ach, ist ja witzig. Nee, ich hab nichts, ne? Alter, zieht ja scheiße aus. Ja, dann guck ich mal in der Aschmine und dann ein bisschen nach Kohle. Au, ich bin vergiftet. Au! Au, ich sterbe nicht. Ich kann nachhelfen. Wie scheiße sieht das denn aus mit diesen Stiefeln? Was ist das denn? Das sieht so krank aus. Und dann mit so einem Cape noch... Das sieht so peinlich aus. Oh Gott, nein. Was ist das denn? Egal, ich will halt den Skin trotzdem, er ist cool. Sicher, Johnny ist cool. Ja, voll schick, dass der Schal so mitweht. Ein tolles Skin. So. Wir müssen diesen Part jetzt dein Haus fertigstellen. Los geht's. Fertigstellen? Ja, schon so. Schon so ein bisschen, ne? Ja, so ein bisschen halt. Ich hab echt keinen Plan, was ich währenddessen machen soll, ey. Ohne Scheiß. Aber Mühe geben ist, äh, manchmal nicht unbedingt gleich mit, ähm, schnell fertig sein. Mit was? Mit was? Mühe geben ist nicht unbedingt immer das gleiche mit, wie schnell fertig sein. Doch. Ich kann mir Mühe geben, schnell fertig zu werden. Ja. Du kannst dir schnell Mühe geben, fertig zu werden. Das geht auch. Es geht alles. Oh, ne verzauberische Schaufel, Haltbarkeit, eins. Wunderbar. Eins. Eins, jawoll, eins. Ja, damit du bescheid weißt. Äh, schon wieder ein Ende. Was ist denn da los? Stimmt, das müssen wir auch noch machen, das hässliche Ende. Ende, schweil. Irgendwann, das dauert noch. Ja, egal. Oh, es ist hier kaum noch was zu tun. Ich frag mich, was ich tun soll. Was sollst du tun? Was soll ich... Hm, sagt der Tunfisch... Nein. Nein, sagt der Tunfisch zu Walfisch, was soll ich tun, Fisch? Warte, warte, der Walfisch. Du hast die Walfisch. Ja, ja, so. Oh, ho, ho, ho. Ja, das ist so. Witz, komm raus, es geht dich, Türklemmt. Ja. Ach, ich hab ja noch meine Axt hier, tatsache. Hast du ein paar Flachwitze? Ähm, ja, einen hab ich. Ich nicht. Vielleicht komm ich aber in Farbe, wenn ich welche hör. Wie heißt, äh, wie nennt man einen Let's Player in der Wüste? Was? Ein Let's Player in der Wüste? Ja. Ja, wie denn? Ein Saharazar. Oh, Gott. Ja, okay. Ich hab's gesagt. Ja. Oh, Herr, oh Gott. Oh, Gott. Ja, aber gewaltig. Was war das? Ja, hier nochmal. Ich weiß nicht. Ich piep halt mal gern. Cool. Ne, das war der Laptop. Ich hab den, das Akku rausgesteckt. Was? Ich hab den, ja. Hab ich Akku-Ladekabel rausgesteckt? Mit dem Fuß. Mit dem Fuß. So. Mit Amorphose. Mit Mamas Hose. Ach, keine Ahnung. So, was ist hier jetzt? Ist das hier rein? Oh, dann so. Ah, ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh, oh, was ist das? Oh, 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 oh. Hast du zu viel Glas für mich? Ich hab nichts für dich. Ne, ich weiß nicht. Okay, ich guck mal, ne? Ja, wie? Ich fress mal ein paar Karate. Möhre. Möhre. So, hab ich schon 20. So, jetzt pass mal auf. Renn ich zurück zu dir und guck ich in der Haus, in der Villa, ob da Glas ist. Alles klar. Alles klar. Gehst du halt zur Kahlglasversicherung, die haben Sicherglas. Ne? Ja. Kahlglasversicherung und so, die haben Sicherglas. Nicht gut. So. Nö, du, ich find hier nix. Ach, das ist nicht so schmitzig heute. Wir können ja mal vom Bett erzählen, ist sau heiß heute. Boah, ja, ey. Ohne scheiß. Jetzt bei mir war gestern hier Weltuntergang, Alter. Ja, das kannst du ja mal erzählen. Genau erzähl doch das mal. Das ist doch mal ein Thema hier. Boah, das war so unnormal einfach, ne? Also, an alle da draußen, die unter euch in NRW wohnen, zufällig. Das sind hier. Das habt ihr mit Sicherheit genauso erlebt. Das war unfassbar. Vor allem jetzt so Ruhrgebiet-Bereich. Ähm, das war alter Weltuntergang. Das hat dann so gegen, äh, lass mich nicht lügen, das war glaube ich so gegen 21 Uhr, so halb zehn oder so, hat dann richtig angefangen. Äh, das war unfassbar. Das war volles Programm. Ähm, das war von, äh, hier Thunderstorm, also Blitz, Blitzgewitter und was weiß ich alles. Das war ja auch, äh, direkt Tornado, äh, Alarmstufe. Tornado, Tornado-Warnung gab's auch sogar. Mhm. War dann einer? Windhohen, also hätten da auch locker entsteht, ne, also, ich hab da jetzt, äh, von dir was gehört, aber... Ja, Gott sei Dank. Ja, wenigstens das, ja, also... Weil, es war ja schon direkt Warnung, weil die haben ja auch Wetter.de-Stufen, die das ja immer so ein... oder halt überhaupt im Wetter halt einfach... Das Lila, Lila ist ja das Schlimmste und da war euer Gebiet fast alles Lila oder so. Das war alles Tornado-Warnung, voll hardcore. Das war sehr heftig, ja. Gott sei Dank war kein Tornado in dem Fall. Nee, zum Glück nicht, glücklicherweise nicht. Gott sei Dank. Und, äh, also, das wäre ziemlich schlimm geworden, aber das Ausmaß hat man dann... Ja, das Ausmaß hat man dann später aber auch gesehen. Also, ich bin dann heute nochmal... Äh, heute ist übrigens der zehnte Sechste. Ja! Muss man, muss man ja mal, das muss man ja mal erwähnt haben. Ja, schon ein bisschen, ähm, Part 100... Was habe ich vorhin gesagt? Laut, äh, richtiger Rechnung müsste das Part 128... Ich glaube... Nee, 130, glaube ich, sein jetzt. Unfassbar. Sollte es jetzt auch hoffentlich nach richtiger Rechnung sein. So, so abartig ist es. Ja, auf jeden Fall, äh... Ja. Auf jeden Fall war das so. Dann bin ich heute, am, heute am 10.06 nochmal rausgegangen, hab ein paar Fotos gemacht, hab den, hab den Gamefix auch mal geschickt, damit er sieht, wie was hier so los war. Und, äh, ja, was sagst du dazu? Das war ja wohl... Das ist echt übel, ja, Mann. Drei, vier, fünf Bäume oder so, halt einfach richtig Bäume rausgerissen, samt Wurzeln, alles liegt da rum und... Alles, alles rausgegangen. Sah das gewaltig aus. Dürf dich... Ich... Ich... Ich kann die Bilder... Darf ich die einblenden? Ja, das kannst du von mir aus machen. Ja, dann mach ich das nämlich, nämlich hier gerade mal so. Und blende ich die hier irgendwie im Bild einfach mal kurz ein und dann seht ihr das mal und das ist echt übel. Echt... Also wie gesagt, das ist einfach echt extrem heftig, ja. Und, äh... Also ich hab jetzt 64 Glas, brauchst du das? Ich geb's dir einfach mal. 64 Glas, ja, ich, äh, hab grad hier noch was aufgehoben. Hier lag noch was. Ja, das hab ich dir hier rübergeworfen. So, hier bitteschön. Und dann kriegst du das hier auch. Und, ja. Herrlich. Herrlich, ne? Jetzt wird's auch schon Nacht. Und das ist jetzt nur dein Haus, was wir jetzt zugeflucht haben, ne? Komm, wir machen hier so ein bisschen, wir grenzen uns mal ein. Wir dürfen nicht rüber zur Willner rennen und so. Wir müssen hier das hier als, äh, Schutzgebiet benutzen hier. Was für eine Challenge. Wir bleiben hier in diesem Gebiet jetzt einfach. Ja, es wird jetzt hammerhart. Ja, weil ein bisschen Action muss auch mal wieder rein hier. Ja, natürlich, klar. Ja, ich könnte auch gleich auf schwer stellen eigentlich. Das mach ich bei der Dorf-Challenge, damit's lustig wird. Was macht man bei der Dorf-Challenge? Äh, Schwierigkeits-Gart schwer. Ach, du, die machen geil. Ja, das wird ein bisschen übel, ja. So, was machen wir jetzt? Genau, Fäcklchen. Die könnte ich doch mal anbringen. Was machen wir denn jetzt? Dann spawnen die doch schon mal wenig. Ich könnte ja, ein bisschen, ich könnte ja, jetzt pass mal auf, was wir machen, jetzt pass mal auf. Ah, es hängt, ah, es hängt nicht. Ähm. Keine Hacke, was ist da passiert? Oh, ich seh schon ein Skelett-Fuck. Ein Skelett-Fuck. Ey, das ist aber nicht schön. Okay, tut mir leid. Tut mir leid für meinen vulgären Sprachgebrauch. Ich versuche, mich zu bessern. Brauchst du nicht. Nicht hier bei Minecraft, was du? Nicht hier bei GameShakes. Und Minecraft auch nicht. Okay. Habt ihr was mitgebracht, süßer? Hier, bitteschön, Öfen. Und eine schöne Wirkung. Oh, danke schön. Danke schön. Dies ist aber lieb. War nicht wahr? Das ist auch mal was. Hier, guck mal, hier sind Betten. Und die werfe ich jetzt mal im Nähte in die Lava, okay? Okay. Viel Spaß. Ja, danke. Tö. Äh, nee, doch nicht. Hm, was mache ich jetzt mit den Betten? Doch nicht. Dann werfe ich die einfach mal hier hin. Scheißegal. So, ich bin wieder da. Oh, warte, ich bring mal was zur Fresse mit, ne? Ich brauche ein bisschen Holz. Hasse, so will ich Holz. Hasse Holz? Hasse, was zu Hause? Ähm, nee, hab ich nicht, ne? Okay. Schöne. Voll schön eigentlich hier. Voll viel. Sieht toll aus. Es wird ein wunderbares Haus. Du kannst wunderschön bauen. Das ist wunderbar. Oh, 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 oh. Was ist los? Oh, jetzt hab ich mein, ah, haha. Jetzt hab ich mein Schwert weggebracht. Ich auch. So. Ein Goldschwert. Ist immer voll kacke. Oh. So. Oh, krüber. Krüber. Au. Weiß nicht. Keine Ahnung. hier so mit der Hütte und jetzt hier die Fläche und keine Betten und ich weiß nicht, ich muss irgendwie jetzt an euer Minecraft Let's Play denken, so am Anfang so, wo ihr da die Hütte gebaut habt Och Gott ey, ja Keine Ahnung, das erinnert mich jetzt gerade irgendwie daran, keine Ahnung, muss voll gerade dran denken Mich auch, aber mich auch, wirklich Voll krass Das war, boah, das war der reinste Abfuck Ja, schon gesehen, ich hab's gefeiert den Part, also der war genial Ich brauch Hilfe ihr Penner und voll chaotisch alles und so Ich hab dir mal was mitgebracht Schau doch mal Was denn? Alter So war das nicht geplant Da kommt noch einer Ah, fuck So, der ist für dich Der ist für dich Oh, fuck, guck dir das mal an Boah, schau dir das mal an Alter Schwede Fuck that life Was ist das denn? Jetzt trifft uns der nächste Creeper so mitten hier rein Und dann Hey, was ist das? Was ist das rote hier? Was ist das? Guck mal, was ist das hier? Guck mal Was ist das? Warte, was? Was ist das? Hier das hier? Was ist das? Ah, fuck Was auf? Oh, nein Alter Ich hab ihn hinterher geschickt Ja, dein Bett fehlt oder ist versperrt Ähm Ja War was? Oh, wo bin ich denn auf einmal? Wie komm ich denn jetzt hier her? Ich war doch grad noch mal hier Versteh ich nicht Jetzt hast du mir so einen schönen Hinter... Ach du Scheiße Kommt hier vor so ein Hund reingestürmt Ein Hund? Okay Ich hab wohl Angst vor den Viechern Okay Äh, wie jetzt? In echt so Hunde oder was? Nö, aber... Ähm... Der kam auf einmal so zielstrebig hier reingestürmt Äh, so? Ich war gewundert Ja, man schaut ein Zembyhund, nö, ja Oh nein, jetzt sind meine ganzen Leitern weg und alles Ja, die sind jetzt alle da unten Die hab ich eingesammelt und dann bin ich heruntergefallen Soviel zum Thema, ich bring dir was mit Ja Ich stehe dir eher Das tut mir so leid irgendwo Wie kannst du nur? Ich weiß es nicht Das ist alles wie ich lerne Oh man, jetzt fehlt mir ein scheiß Sandstein, man Ich bring es dir Warte, hab ich was für dich Aber ich hab Sand Ich hab Sand, das kann ich noch regeln Ja, Sand Eine Handvoll Sand Sand Ja Oh, ich schau hier gar nichts zu mehr, ey Was ist denn das für ein Scheiß, wir müssen mal wieder Sachen sammeln gehen Wir sind gar nichts mehr Brauchbares irgendwie, keine Ahnung Ja, wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Ab in die Arschmine Da, bla 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 Voll motiviert Also ich bin ja voll euphorisch Fällefährig spiele ich dieses Spiel mit euch, liebe Leute, den Zuschauern. Vielen Dank dafür, dass ihr dabei seid. Von der Euphorie fälle ich hier den Ballen für euch, um daraus ein paar Stücks herzustellen. Denn ihr wisst ja, man braucht Werkzeug in diesem Spiel, sonst kommt man einfach nicht vorhanden. So sieht's aus. Ich krieg gleich den Nachflash, ey. Das ist nicht mehr lustig. Du kriegst einen Lachflash, weil es nicht mehr lustig ist. Richtig! Du hast den Fehler erkannt. Sie gewinnen eine Freifahrt in die Hölle. Geil! Und ein Gratis-Creeper dazu? Selbstverständlich! Und sofort auch die ganze Garst und natürlich der Enderdrache. Wie zuvorkommend. Ich freu mich ja schon auf das Update mit dem Wither. Wither! Wither! Der fehlt echt noch. Der gibt's ja noch nicht, leider. Ja. Der fehlt noch bei euch. Boah, das wird so geil. Da hau ich auf jeden Fall nochmal ein paar extra Folgen raus hier mit dem Wither. Den bekämpfe ich dann und so. Das wird so Hammer. Mit dem Wither! Und dann Giga-Challenge! Geht das überhaupt? Kann man drei Wither erstellen? Wie viele kann man denn erstellen? Geht doch gar nicht. Weiß ich gar nicht. Kann man nicht immer nur einen erstellen? Ja, ich glaub nämlich auch. Egal, ich mach das einfach in der Overworld oder so und dann BAM oder so. Einer reicht schon. Ja, ich denk auch. Hast du schon mal gegen den Wither gekämpft? Nee, noch nicht. Der ist ein bisschen übler als der Enderdrache, find ich. Echt? So was, was ich gelesen hab, ja. Er kann ein bisschen mehr als der. Also ich würde mal sagen, der ist übler. Er hat sogar ein Schutzschild. Wenn er kein Leben mehr hat, hat er direkt ein Schutzschild. Was für ein Dreck, sagst du? Ja, also... Das ist schon mal durchschtig. Ach so, ach weiß ich, kann ich aber nicht sein. So. Jetzt bin ich natürlich selbst ein Dreck, sagst du? Jetzt hab ich natürlich das in die Länge gezogen. Jetzt dauert's natürlich wieder, bis dann Haus fertig ist. Jetzt hab ich's ja selbst in die Länge gezogen. Bin schon blöd. So, äh... Ich geh einfach mal Sachen sammeln, gell? Holz und... Sand bräuchte ich auch. Davon war nicht die Rede! Jetzt aber! Nein! Sammel's doch selber! Ich hab selber was Besseres zu tun. Ich glaub's ja nicht. Was du mir dafür aufgabe aufträgst. Das kannst du heute gleich schon leben. Ich glaub man merkt ganz... Ich glaub man... Ich glaub man... Ich glaub man merkt ganz minimal, dass man sich versteht. Nö. Nein! Nein! Wir hassen uns übelst! Und... Wir wollen... Deswegen machen wir das ja auch. Ja, eben. Wir wollen eigentlich gar nicht Let's Playen. Wir hassen... Wir hassen uns zu sehr eigentlich. Das... Ja. Aber wir werden gezwungen, weißt du. Das ist halt so. Ja, ist so. Ist so. Wir werden so von uns selbst, von unserem... Von unserer Engelsseite werden wir gezwungen. Ja. Ist echt scheiße. Eigentlich hab ich heute echt Camp mit dir aufzunehmen, weißt du. Nein, ich auch nicht. Ist doch voll der Kack irgendwie. Richtig bar, ey. Ja. Ich weiß gar nicht, was wir uns dabei gedacht haben, ey. Ach, keine Ahnung, irgendwie. Ist doch voll widerlich. Oh. Oh, hallo. Oh, Alter. Ja, dann... Ja, komm. Töte ihn, töte ihn. Ja, darauf hab ich eigentlich auch keiner Lust. Aber er hat mich ja dazu gezwungen. Ja, okay. Immer diese hässlichen Triebe, das ist echt scheiße. Ah, ey. Vor allem, wenn man... Vor allem, man fiegt immer so Triebe auf das, was man keinen Bock hat, weißt du. Ja. Ist echt schlimm, Mann. Ich weiß schon gar nicht mehr weiter. Ja. Ja, ich auch nicht, du. Ist echt scheiße, Mann. Ist gar nicht... Ich hör jetzt einfach mal aus. Boah, das Haus sieht echt auch voll scheiße aus. Dann krieg ich echt zu viel. Ja, dann krieg ich's kotzen, Mann. Ach. Das geht gar nicht. Kann ich ja gleich wieder hier abspringen, ey. Ja, aber echt, ey. Komm, ey. Ich aktivier mal das TNT. Warte mal. Ja, mach mal. Hier. Pass mal auf. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist das Drecksack-Dings? Ja, guck. Ich find's gar nicht. Das ist schon keine Lust mehr zu suchen, jetzt. Ah, so ein Scheiß, ne? Boah. Ja, das ist echt scheiße, Mann. Boah. Ist das... Boah. Nee. Nee, das geht nicht, ey. Das ist zu viel, Mann. Das ist zu viel. Das ist einfach too much. Wie sieht das Unkraut nach, wenn ich mich fahre schon? Too much for me. Can't this... Is... 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 Is enough? Is... 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 I... Here geht ja gar nichts vorwärts. So. Wir geben uns in die Arschmine. Und sammeln paar Sachen. Brauchst du Steine oder so? Boah, da hab ich ja gar keinen Bock drauf, Alter. Brauch ich auch nicht. Aber wir müssen ja. Wir brauchen Sachen. Weißt du doch. Scheiße. Ja. Also was... Was ich auf jeden Fall leider brauche, obwohl ich auch keinen Bock habe. Ich brauche auch ähhh. Ja. Ja. Korbel brauche ich. Sand brauche ich. Und Holz brauche ich. Dich verfolgt so ne... Erfahrungs-Perle. Voll gruselig. Echt? Ja, ohne Scheiß. Jetzt schwirrt die um dich herum. Du hast ein Schutzschild. Was ist das denn? Yo, Tatsache. Siehst du es auch? Ja, dann ist sie wieder weg. Ja, nee, sie schwirrt jetzt um dich herum. So like ein Schutzschild irgendwie. Keine Ahnung. Voll seltsam. Ja, ich seh's. Alter, lass mich in Ruhe. Geh weg. Das war so eine lästige Fliege. Immer dieser Sommer mit diesen blöden Glühwürmchen und so. Boah, da geh ich ja wieder zu viel, ey. Da hab ich auch keinen Bock drauf. Komm, wir beenden einfach den Part, ey. Es ist echt zu viel langsam. Diese Glühwürmchen und die Schafe und alles. Und dann bin ich hier nach auch weg. Dann geh ich einfach pennen, weißt du. Ich hab einfach keinen Bock mehr, ey. Ja, und ich erst. Ich lass dann einfach die nächste Aufnahme mit 20 Minuten durchlaufen und schlaf halt dabei. Ja, ist so, ey. Mein Gott. Ist so, ey. Lass einfach mal eine Folge aufnehmen, wo wir einfach gar nicht labern. Ich hab echt überhaupt keinen Bock mehr. Aber echt, ey. Seh ich genauso. Lass einfach nur Hi, lass einfach nur Hi sagen und viel Spaß und wir haben keinen Bock und dann, ja, viel Spaß. Richtig, das machen wir, ey. Komm, wir hören jetzt auf, pennen dann und dann machen wir das. Ja, bitte, ey. Ich bitte darum. Ja, also ihr wisst Bescheid, ne. Also, tschüss und so. Rally? Ja, was hast du dir denn da gefunden? Niekerli? Ja? Uh. Komm, lass uns vorgehen. Nimm die rechte Tür. Die rechte Tür? aber du nimmst